Wenn du dein Geld noch erfolgreicher anlegen möchtest, wenn du dein Geld mit möglichst geringen Kosten und einer optimierten Rendite in Bezug auf dein eingegangenes Risiko anlegen möchtest, dann kann ich dir mein Geldbildung-Seminar in München empfehlen. Am 23. April, das ist ein Samstag, findet ein Geldbildungs-Seminar statt und zwar im Eden-Hotel Wolf direkt am Bahnhof. Wenn du dort dabei sein möchtest, dann gehe jetzt auf geldbildung.de slash Seminar. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 131 möchte ich mit dir über das Thema, wie wichtig ist dir eigentlich Geld, sprechen. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Wie wichtig ist dir eigentlich Geld? Denkst du viel über Geld nach? Machst du dir viel Sorgen über Geld? Hast du Angst vor dem Verlust von Geld? Streitest du dich manchmal wegen Geld? Mit deinem Partner oder deiner Partnerin? Mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern? In dieser Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf die Bedeutung von Geld und warum aus meiner Sicht Geld sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir Geld abstrakt betrachten, dann ist es ein relativ langweiliges Thema. Geld ist einfach ein Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Person A kennt sich im Bereich X aus. Person B will aus dem Bereich X lernen und bezahlt dafür Person A. Person B könnte jetzt Person A in Zigaretten bezahlen, in Krügerrandmünzen, in Silbermünzen oder in was auch immer. Das ist aber relativ kompliziert, weil die meisten Dinge nicht so leicht teilbar sind, nicht homogen sind, die Aufbewahrung schwierig ist, die Verrechnung schwierig ist und deswegen gibt es Geld. Deswegen gibt es unser Zahlungsmittel, den Euro, mit dem wir ganz einfach Waren und Dienstleistungen tauschen können und das machen wir über die Währung. Nüchtern betrachtet ist Geld also langweilig, weil es einfach ein Tauschmittel ist. Die wahre gesellschaftliche Bedeutung von Geld reicht aber wesentlich weiter. Geld steht in unserer Gesellschaft für Erfolg, für Sicherheit, für Anerkennung, für Lebensqualität. Familien zerstreiten sich wegen Geld im Vorfeld eines Erbes oder auch danach. Geld ist ein hochemotionales Thema und es geht sehr, sehr oft um den Vergleich. Es geht um die Relativität. Wir sind dann glücklich, wenn wir mehr verdienen als unsere Kollegen, wenn wir mehr haben als unsere Nachbarn, wenn wir mehr haben als unsere Freunde. Wir sind glücklich, wenn wir mehr verdienen als unser direktes Umfeld. Das sagen zumindest Studien. Häufig ist auch die Bewertung von Personen an Geld gekoppelt. Stell dir folgendes vor. Stell dir vor, du bedrinkst dich in einem Nobelrestaurant sehr, sehr gepflegt. Vergleiche diese Situation mit einer Situation in einer heruntergekommenen Kneipe mit meinetwegen mit dem genau gleichen Alkoholkonsum. Auch wenn das Ergebnis, der Vollrausch, genau das gleiche ist, dann werden beide Situationen unterschiedlich bewertet werden. Die Situation im Nobelrestaurant wird wesentlich unproblematischer gesehen als die Situation in einer heruntergekommenen Kneipe, obwohl beides, wie gesagt, im Vollrausch im gleichen Ergebnis endet. Aus meiner Sicht sollten wir uns Geld wichtig nehmen. Geld ist in erster Linie Energie, Geld gibt uns die Möglichkeit, Dinge tun zu können, Geld gibt uns Freiheit und natürlich ist Geld nicht alles, aber Geld ist in jedem Fall wichtig. Und wenn du dir selbst Geld wichtig nimmst, dann nimmst du auch deine Zeit und deine Leistung wichtig und dann machst du dir auch deine Verhandlungsposition bewusst. Das bedeutet, dass meiner Meinung nach sich viele Menschen unter Wert verkaufen, weil sie selbst im Kopf haben, Geld ist ja nicht so wichtig, es kommt auf andere Dinge an. Das stimmt natürlich, aber Geld ist trotzdem ein Zeichen von Wertschätzung, ein Zeichen von Wertschätzung, die messbar ist, weil es am Ende eine Zahl ist. Die Wertschätzung in Form von Lob, von sozialer Anerkennung ist nicht in gleicher Weise direkt messbar und vergleichbar, wie es die Einheit Geld ist. Deswegen solltest du für dich Geld wichtig nehmen, oder das ist mein Rat, weil es auch eine Wertschätzung an dich selbst ist, an deinen eigenen Wert. Mach dir deinen eigenen Wert dir klar, dir bewusst und dann geh auch selbstbewusst in Verhandlungspositionen, natürlich in einem angemessenen Rahmen. Es muss immer auch jeweils in dem Kontext passen, aber du solltest dich auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Du solltest Geld wichtig nehmen, weil Geld ein Tauschmittel ist und du mit Geld viel Gutes tun kannst. Du kannst anderen eine Perspektive ermöglichen, du kannst großzügig sein. Du kannst nur großzügig sein, wenn du selbst Geld hast. Wenn du kein Geld hast, dann kannst du zumindest finanziell, materiell nicht großzügig sein. Natürlich auch immateriell in Form von Lob, Anerkennung, Unterstützung, aber eben nicht über Geld. Mit Geld als Tauschmittel kannst du anderen eine Perspektive ermöglichen, deinen Kindern ein Studium bezahlen, deinen Enkeln, deinen Freunden oder wem auch immer. Du kannst etwas bewirken, du kannst etwas vermögen. Daher kommt ja auch das Wort. Ich habe ein Vermögen, ich vermöge viel zu tun. Du solltest ebenfalls dir Geld wichtig nehmen, aus meiner Sicht, weil wenn dir etwas wichtig ist, wenn du einem Thema einen Stellenwert in deinem Leben beimisst, dann verbringst du auch eher und lieber Zeit mit diesem Thema. Und wenn du das ganz bewusst tust, dass du sagst, mir ist Geld wichtig, ich möchte Geld haben, ich möchte ein Vermögen XY mir aufbauen, dann wirst du auch eher bereit sein, dich mit den notwendigen Dingen zu beschäftigen, die dafür erforderlich sind. Dass du dir deine Geldbildung aufbaust, dass du Zeit investierst, Anlagefehler vermeidest, bewusste Entscheidungen triffst, reflektierte Konsumausgaben auch tätigst und nicht blind einfach alles machst und in den Tag hinein lebst. Ich meine damit nicht, dass du geizig sein sollst, ich meine damit nicht, dass du gierig sein sollst, immer mehr möchtest, weil Geld wie gesagt nicht alles ist, aber Geld ist wichtig und das kann man auch bewusst sich klar machen. Und ich meine damit auch nicht, dass du krampfhaft an Geld klammern solltest, ganz und gar nicht, weil genau dieses Krampfhafte, dieses ich möchte um keinen Preis eine Schwankung, ich möchte um keinen Preis etwas verlieren, führt genau dazu, dass du keine Anlagen wahrscheinlich tätigen wirst, weil du Angst hast, dass das Ganze nach unten geht. Was haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge Nummer 131 besprochen? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wie wichtig ist dir Geld? Macht dir diese Frage klar. Abstrakt betrachtet ist Geld lediglich ein Tauschmittel und es ist einfach einfacher, Waren und Dienstleistungen via Geld zu tauschen, als Waren und Dienstleistungen via Zigaretten, via Gold oder Silbermünzen zu tauschen. Die gesellschaftliche Bedeutung von Geld reicht weit über den Tauschaspekt hinaus, weil Geld ein sehr emotionales Thema ist. Geld steht für Erfolg, für Sicherheit, für Anerkennung, für Lebensqualität, aber Geld ist natürlich auch nicht alles. Aus meiner Sicht kann ich dir raten, dass ich Geld wichtig nehmen würde, weil du mit Geld Möglichkeiten hast. Das bedeutet, wenn dir Geld wichtig ist, dann wirst du dir auch deinen eigenen Wert eher bewusst sein und diesen auch eher in Verhandlungspositionen gegenüber deinem Arbeitgeber oder gegenüber deinen Kunden auch klar aussprechen können. Weil du im Kopf schon so programmiert bist, dass du sagst, ich bin wertvoll und ich koste auch etwas und dieses Kosten ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gemessen in der Einheit Geld. Wobei noch einmal, es gibt auch andere Einheiten wie immaterielle Einheiten wie Lob, Anerkennung und so weiter. Geld sollte dir auch wichtig sein, weil du, wenn du das Tauschmittel hast, damit gute Dinge tun kannst. Und der dritte Punkt, warum dir Geld wichtig sein sollte, aus meiner Sicht, mein Tipp, wie gesagt, das ist immer subjektiv. Wenn dir etwas wichtig ist, in dem Fall Geld, dann verbringst du eher und lieber mit diesem Thema Zeit und hast auch mehr Muße, dich damit zu beschäftigen und gegebenenfalls in deine Geldbildung auch zu investieren. Und damit meine ich ebenfalls materiell und immateriell und in diesem Moment investierst du in jedem Fall deine Zeit, auch wenn ein Podcast multitaskingfähig ist, machst du jetzt vielleicht etwas anderes. Aber zumindest leistest du mir deine Ohren und hörst diese Podcast-Folge. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 131 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, wo mir der Autor nicht bekannt ist. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.